ja es ist ein starplan 80 st von leppin mit insgesamt 471 teile den ich mir hier bestellt habe ich bin sehr gespannt ob wirklich alle teile mit dabei sind saplan nahm kommt das hier bekannt vor kurz nachdenken könnte irgendwie was mit star wars zu tun haben allerdings mit dem anderen namen denn leppin ist ja eine firma die lego nachbaut und die baut auch lego star wars besonders gerne nach und nennt es allerdings star plan statt star wars und ihr seht schon hier wie es in der packung aussieht ich war sehr überrascht dass hier die ganzen tüten auch schön nummeriert sind denn ich habe oft gelesen dass die ganz unnummeriert kommen macht natürlich den zusammenbau insgesamt viel viel einfacher hier sehen wir schon das booklet das mitgeliefert wird und alles schön beschrieben ihr seht die einzelnen schritte wie man es eigentlich von lego kennt nur ein paar mehr schritte pro seite sind hier zusammengepackt dadurch wird das ganze booklet nicht so dick der druck ist auch nicht so super hochauflösend wenn man ganz genau ins detail reingeht aber lässt sich echt gut zusammenbauen hier insgesamt 51 seiten für den 80 st ist schön in farbe bedruckt alles gut allerdings ist der druck nicht ganz so optimal denn eins ist mir aufgefallen das hat auf meinen weißen tisch abgefärbt und ich habe es wieder weg bekommen aber dann hat man gemerkt da ist natürlich gespart worden so erster bauabschnitt sieht man hier das ist ja diese grundplatte des kopfes vom 80 st bisher passt hier alles wunderbar zusammen wir sehen dass da auch schon ein mechanismus mit eingebaut ist mit diesen beiden zahnrädern die sich hier ineinander drehen lassen bin schon gespannt wofür das dann genau ist und ob hier wirklich alles gut zusammenpasst das ist ja immer die große frage bei solchen sets die man aus china hier bestellt passt das alles ist alles dabei funktioniert das wie ist eigentlich die qualität von den bausteinen die muss ich sagen also was ich so sagen kann jetzt von meiner erfahrung her die ist echt gut also die passen echt gut zusammen halten gut zusammen es gibt hier und da mal minimale dinge wo ich sage bei lego wäre das wahrscheinlich nicht passiert aber insgesamt passt gute qualität ordentliche steine hier seht ihr schon das erste bein das zusammengebaut ist hier mit dem gelenk dass man auch in einzelnen stufen einstellen und verstellen kann und ja sieht auch schon aus wie so ein bein von dem 80 st langsam wie gesagt lässt sich alles echt gut zusammenbauen anleitungsmäßig tipptopp erklärt allerdings hier sieht man so kleines problem eine schöne abdruck stelle hier von dem bein denn die teile hier solche pins die man durchstecken musste die gingen echt nur mit rohester gewalt dann im endeffekt dort hinein oder musste ich also schon mega fest drücken dass die dann drin waren und naja dann bekommt man auch mal so einen schönen abdruck hier auf der hand steck bei lego wäre das alles ein bisschen passgenauer gewesen egal die beine sind dran baumeln hier noch lose herum rechts und links die werden später noch fixiert aber ja man bekommt schon einen eindruck wie das am ende hier aussehen wird unser 80 st das ist übrigens die variante jetzt nicht aus der alten trilogie sondern von rock one dementsprechend auch action connection figuren minifiguren von rock one die hier mitgeliefert werden aber die seht ihr am ende des videos ich baue hier noch mal munter weiter das hier ist so der anfang des kopfes hier sehen wir so einen kleinen schiebe mechanismus da war mir jetzt in dem moment noch nicht klar wofür der genau sein sollte aber auch das wird am ende aufgelöst und schaut man hier was für ein schöner print kein aufkleber das hier ist so von vom cockpit so ein bedienteil und ist hier wunderbar drauf gedruckt worden und sauberer schöner druck also ich finde bei lego könnte das eigentlich nicht viel besser aussehen aber hier haben wir jetzt ein kleines problemchen shopper wenn ich dieses teil hier auf drücke dann wird der kleine runde baustein hier weg geschossen als sollte das so sein sollte aber gar nicht sein er sollte nämlich doch schön drauf bleiben also da sieht man da ist irgendwie die toleranz ein klein wenig höher zumindest bei dem teilchen gewesen wenn ich nicht ganz so fest reingedrückt habe hat es aber gepasst so nächster bauabschnitt das cockpit weitestgehend schon fertig hier sieht man schon den vorderen teil der noch ausgebaut wird hier diese kommando zentrale das ist so ein sticker so ein aufkleber dem man da drauf packt mit der bedruckten platte die ganzen technik pins hier an der seite wo nachher noch diese außenpaneele befestigt werden also es nimmt formen an hier ist es schon verbaut und jetzt sieht man auch wofür hier der ganze drehknopf ist und die zahnräder denn der ganze kopf hier von unserem 80 lässt sich echt wunderbar drehen funktioniert sehr gut der mechanismus und geht 360 grad so das meiste ist geschafft jetzt kommt hier eine der seitenplatten dran so sieht sie von innen aus da sieht man auch schon wo die später eingehängt wird außen haben wir noch eine schöne laser kanone dran hier mit so einem parabol spiegel und die lässt sich dann von oben nach unten drehen ja also schön 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 schnell angehängt das zweite seiten panel auch noch flott angebaut genau das gleiche ihr seht ihr es etwas verstellbar damit diese zusammenlaufende form erreicht werden kann und ich finde die form die ist wirklich sehr gelungen man sieht ja auch gleich innen wie die befestigt sind hinten mit diesen technik pins einfach rein geklebt nur mit einem pin insgesamt übrigens und dann hier vorne werden die einfach nur in diese weißen griffe so eingehängt und erhalten dadurch die stabilität dass die vorne dann nicht mehr so rum wobbeln großartig und ein bisschen bewegen kann man sie aber hält alles soweit sehr gut jetzt fehlt nur noch die obere klappe die obendrauf kommt und dann sind wir im prinzip mit dem ags die auch schon fertig hier haben wir noch ein paar teile übrig unter anderem sind das ja ein paar ersatzteile die zu viel sind und die minifiguren denn bei lebchen kommen die nie zusammengebaut an die muss man immer noch mal flott zusammenstecken die kleinen figürchen und dann ist man aber im prinzip auch schon fertig mit dem ganzen set ja und da steht er unser etsd fertig zusammengebaut kostet insgesamt jetzt hier bei lebchen so um die 20 euro wenn man ihn original kauf bei lego ist man so bei 60 bis 70 euro dabei und ich kann glücklich sagen alle teile waren vorhanden kein teil hat gefehlt alles hat soweit gut gepasst und ich finde das ergebnis ist optisch ein richtiger hingucker also mir gefällt er wirklich ausgesprochen gut richtig schönes teil steht recht stabil wie ihr hier sehen könnt ich kann ja auch ein bisschen dran rum wackeln und er fällt hier nicht direkt um steht also stabil auf seinen beinen und die gelenke die lassen sich hier noch ein bisschen verstellen also man kann ja noch ein bisschen artikulieren wobei es dann mit dem hinstellen natürlich direkt schon hupsala schwierig wird eigentlich kann man ihn nur so in der einen position richtig stabil stehen lassen aber den schauen wir uns gleich im detail an zuerst werfen wir einen blick auf die minifiguren die hier dabei sind und dann hätten wir hier erstmal die nummer eins figur einen ich weiß nicht ein kämpfer des widerstandes oder so ich kann mich nicht mehr so genau andro kann erinnern hat man nicht so super gut gefallen der film leider aber die figur selbst ihr seht ein schöner gesichts print der ganze aufdruck hier sieht auch recht sauber aussieht gut aus er hat eine kleine waffe dabei einen schönen helm der allerdings hier so ein bisschen unsauber oben mit der farbe bedruckt ist also da sieht man dann diese kleinen qualitätsunterschiede aber insgesamt schöne kleine minifigur mit dabei dann haben wir hier noch einen gott ich kann mich echt nicht mehr an die namen erinnern das ist aber einer der hauptprotagonisten aus dem film mit der dicken kanone mit einem rucksack hier noch mit dabei und ganz cool die kanone ist hier noch mit einer kette mit diesem rucksack verbunden kann aber natürlich bei einer minifigur nicht schießen schön grimmiger gesichtsausdruck und er hat auch noch einen zweiten gesichtsausdruck wenn ich den kopf hier noch mal raus bekomme aus der frisur das ist immer so ein bisschen ein problem wenn die mal drin sind dann sind sie drin also ich bekomme es jetzt leider nicht mehr ab aber ihr könnt mir glauben oder geht es noch also er hat noch einen zweiten gesichtsausdruck da schaut er dann nicht ganz so grimmig dreien wie hier da sieht man die zähne nicht aber denkt euch einfach ansonsten schöner brustaufdruck noch mal mit vielen kleinen details so an den beinen haben wir keinen aufdruck und hinten das wird dann hauptsächlich verdeckt also aber das hier mit der kette das gefällt mir echt gut sieht nett aus ich muss sagen von den minifiguren machen die wirklich schon einen ganz guten job so und die letzte minifigur die steckt hier schon im at st drin das ist nämlich der kommandant vom at st und den sieht man jetzt hier schön mit seinem helm oben mit der brille aufgedruckt und dem gut hier unten ums kinn rum auch er hat eine kleine kanone mit dabei und einen standardmäßigen print hier auf der vorderseite also das sind die drei minifiguren die dabei sind und jetzt schauen wir uns das modell noch mal im detail an mit allen funktionen fangen wir von außen an die beine die kann man hier oben nicht mehr bewegen die habe ich hier mit einem pin fixiert damit er schön sicher steht wie gesagt hier die gelenke die kann man bewegen macht aber eigentlich keinen sinn da man ihn nur in einer position richtig hinstellen kann ansonsten steht er einfach nicht sicher mit zwei beinen also diese position die soll es sein dann natürlich unsere hauptfunktion hier auf der rückseite hier mit diesem kleinen mit diesem kleinen brick können wir dann den kopf hier drehen und zwar in 360 grad er dreht also richtig durch dreht auch sehr schön und sehr leicht das funktioniert echt ausgezeichnet ganz einfacher mechanismus passt wunderbar dann haben wir die kanonen hier an den seiten hier haben wir eine kanone die kann man auch von oben nach unten dann positionieren funktioniert genau das gleiche oder fast das gleiche auf der anderen seite eine anders aussehende kanone aber auch die kann man hier drehen von oben nach unten funktioniert auch gut dann die frontkanone die kann man hier sehen auch die könnt ihr in der höhe schön einstellen und rechts und links neben der frontkanone haben wir noch zwei raketen und die funktionieren auch dafür waren nämlich hier hinten diese schiebemechanismen wo ich am anfang nicht wusste wofür die sind und ihr seht die gehen los also damit kann man schießen ich mache es noch mal so dass man es vielleicht auch jetzt sehen kann wie mache ich das denn ich fange es einfach mal auf drücke einfach hinten dagegen und da kommt vorne die rakete raus geschossen die andere kann ich mir jetzt später hinter dem regal rauskramen aber funktioniert beides bei raketen schießen wunderbar funktion ist folge geben einfach wieder rein drücken und das teil ist wieder schussbereit so was haben wir noch wir haben das drehen wir haben das schießen wir haben die waffen wir haben dann noch hier oben unseren kopf den einstieg für den piloten natürlich da kann man einmal hier diese luke öffnen dann kommt man hier ins innere rein also der pilot kann da rein klettern da unsere fingerchen aber ein bisschen zu groß dafür sind können wir wie eben gesehen hier die komplette oberseite einmal öffnen und wenn ich mal näher rangehe seht ihr dann das ganze cockpit besser gesagt hier kann man es noch mal sehen also hier der sticker der aufgebracht ist für die für das eigentliche cockpit hier das kleine bedruckte pricks und ja so ein kleiner sitz hier für den piloten wurde er aber nur lose drin sitzt so also das sind die funktionen von diesem set hier die augenbrauen die könnt ihr dann auch noch ein bisschen einstellen also diese kleinen luken hier vor den sichtfenstern und insgesamt ein tolles set also mir gefällt es richtig gut der zusammenbau hat mir echt voll spaß gemacht hätte gerne noch ein bisschen länger dauern können wie gesagt 471 teile sind hier verbaut und schönes set kann ich nicht anders sagen ich freue mich schon auf das nächste das bereits bestellt ist und wenn ihr auch ihr hier so ein set jetzt mal gerne zusammenbauen wollt von lepin ihr wollt das ausprobieren dann klickt einfach in den link in meiner video beschreibung 20 euro und das teil ist bei euch etwa zwei bis drei wochen später hat problemlos funktioniert ich habe keinen zoll zahlen müssen alles gut soweit so das wäre es gewesen für dieses video freunde ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss bis zum nächsten mal euer mi apple cat macht's gut bis zum nächsten mal